Also Schatz, ich diskutier da auch jetzt nicht mehr mit dir, ne? Was willst du? Was denn? Von wegen, ich hab nur Recht und du nicht. Immer hast du Recht, egal was du diskutieren willst du immer Recht haben. Ja, ist klar. Ist eigentlich wurscht, worüber wir diskutieren. Immer hast du Recht. Nee, ich diskutier da jetzt auch nicht mehr weiter. Und wenn du jetzt weiter diskutieren willst, dann lässt du mich hier raus. Was? Dann lässt du mich raus. Du willst jetzt raus? Ja, dann lass mich halt raus. Bist du ja sicher? Ja, lass mich da einfach raus. Weil ich mit dir nicht mehr diskutier. Also raus. Ja. Ja, dann lass ich dich gleich raus. Moment, ich halt an. Hier. Steig aus. Los, jetzt. Dein Ernst? Du würdest mich jetzt hier raus lassen? Du hast doch gesagt, du willst raus. Echt? Jetzt würdest du mich jetzt hier raus lassen? Einfach so? Hast du gerade gesagt, du willst aussteigen? Ja, das ist mir egal. Aber nur weil wir diskutieren. Wir müssen dann einfach aufhören zu diskutieren, oder? Dann muss ich ja auch nicht raus. Du hast gesagt, du willst raus. Ist dein Ernst? Nein. Ja, wie man es machte. 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 Vielen Dank.